Ui ui! Abgestimmt in meiner Story, aber diesmal haben wir unsere ersten Gäste dabei. Wir kochen heute Pizza. Vegane Pizza. Was war jetzt? Chicken und Balsamico. Balsamico nehmen wir nicht, weil wir brauchen keine Balsamico. Cola Zero. Fünf! Liebe Söhne und Söhninnen. Regen Magrêva. Das war clean! BELCLEAN?! Habe ich meine passata Tomata schon raus gemacht? Ich mach das halt. Ich laufe mit Handyfelsen. Okay! Okay, es geht wieder los. Nein. Ui ui! Hallo meine lieben Freunde, Familie und Kinder. Willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Ihr habt abgestimmt in meiner Story, ihr wollt... Ihr wolltet unbedingt ein Kochen mit Format. Und diesmal haben wir unsere ersten Gäste dabei. Und ich bitte Tommelwirbel ins Bild. Janina und Luisa! Ja, willst du halt vielleicht dazu kommen oder... Ich habe zwei Gäste. Die Luisa und Janina. Ihr kennt sie beide hoffentlich. Wenn nicht, lernt ihr sie heute in diesem wunderschönen Format kennen. Und wir kochen heute Pizza. Vegane Pizza. Was soll es? Melchene von LIFE! Wir machen nichts selber gefühlt. Das kannst du dich nicht gucken. Wer macht Pizza selber? 19.07 und meine Nummer. Der Nummer ist halt auch super. Kann ich probieren. Wir haben Zutaten gekauft. Und die zeigen wir euch jetzt. Wie kann das nicht? Shishu oder Shishu? Die Preise? Schön! Wir haben heute die Ventilation gelernt, Janina, gell? Let's go! Was ist das? Nein, eigentlich nicht. Was ist das? Wir nehmen Champions und Balsamico. Und Balsamico nehmen wir nicht. Wir brauchen keine Balsamico. Schau, sind das die Janina und ich? Lass es uns in den Kommentaren sehen. Okay, sie denkt auch, ich bin reich, hä? Okay. Dann schützt halt nicht die Umwelt. Und? Du mal versuchst. So, Marlene, ich würde sagen, du reitest du schon. Ja! Hallo, hilft mir, wer beim Rückwärtsgang? Erstes Salt & Vinegar. Keine Werbung. Ja, leider werde ich nicht gespundert. Dann, das Wichtigste, ne? Cola Zero. Cola Zero. Erdnüsse. Teig und Dings in einem. Kochen. Hater. Vegane Schinken und vegane Salami. Für unsere Pizza. Sprite für andere Gründe. Leute, ich bin um 30 Euro ärmer geworden. Das ist eine Schande. Bitte schaut meine Videos, damit ich das Geld zurückbekomme. Orangentraft. Weil ich Lust auf Orangensaft hatte. Zwei Packungen Käse. Tumping Champions. Dann hat sich die Luisa Passata die Pomodoro gekauft. Ich weiß nicht warum, aber cool. Mais, weil wir brauchen Mais. Und Popcorn. Pizza Topping. Ja, das kommt auch auf unsere Pizza. Ich hab so Hunger. Wir protestieren. Für. Gegen. Gegen Hunger. Gegen diesen. Ab geht's. Fünf. Fünf. Was geht's? Was geht? Meine lieben Freunde. Und Freundinnen sind ein bisschen inklusiver vielleicht. Wann für Leute wir sind heute auf dem Bau? Willst du zeigen was du machst? Liebe Söhne und Söhninnen. Meine lieben Freundinnen ist das jetzt einfach. Du kannst gar nicht sagen. Du trinkst Tomatensaft. Tomatensaft ist richtig geil. Gut. Ich stell mir das halt einfach wie Tomatensaft vor. Ich heiße wie Tomatensaft vor. Ich verzweifle. Tomatensaft vermutlich mal. Jedenfalls. Wir wärmen jetzt unseren Ofen auf. Auf. 200 Grad. 200 Grad Heißluft. Wie heißt Heiz? Hast du Heißluft? Ich hab beides. Boah. Ja, ich hab meinen Gasherd. Rezina grieva. Okay. Gareci Wurstuch. Nadvestigratz. Ich hoffe sie beschimpft mich grad nicht. Ich lese mal was da steht. Warum ist Rumänisch? Sie hat alles auf eine andere Sprache gestellt. Ja, ich bin Multilingual. Sie redet Deutsch. Ihr Ofen ist auf Russisch. Bitte nur unten. Nein, jetzt ist Rumänisch. Wir haben unser Backblech. Und jetzt kommt da unsere Dings drauf. Der ist ja mini. Es hält nicht. Oh! Wir haben Probleme. Oh ja, der Sprite. Die Sprite. Die Sprite. Der Sprite mit das Sprite lass es noch reden. Der Sprite? Das Sprite weil das getränkt. Aber die Sprite weil... Die Sprite. Äh, das war clean. Clean. Ben clean? Hä, die ist... Wo trinkst du Wasser? Ja, ich hab noch was. Gehen wir das da drauf? Wie teilen wir das auf, Leute? So, so. Also dritteln. Okay, warte, dann... Ich mach so Dinge, okay? Hast du ein Messer, damit ich das... Nein, sowas besitze ich nicht. Hast du ein Ding? Ein Messding? Du willst das ausmessen? Ist das korrekt? Weiß nicht mal. Ist das korrekt? Nee, das ist gar nicht korrekt. Seht ihr? Unser... Bemerkt ihr was? Es schaut absolut nicht gleich aus. Doch, schau! Ich verstehe es, dass es in seinem Ball ist. Ja, aber schaut, da ist so richtig Vintage Ding. Da ist so Vintage Ding und so die Farbe ist so ähnlich. Okay, Dab of the Day. Boah, zu. Nein, 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 nein. Wir machen einen Triple Dab und... Was? Warte, wie macht man einen Dab? Wir müssen so... Nein, so rum. Du machst die Hand dran hin. Und sie macht die Hand da hin. Sie machen so einen Dab über deinen Schatten. So. Eins, zwei, drei. Okay, los geht's. Kann ich meine Passata Tomaten drauf machen? Du willst deine Passata Tomaten drauf tun? Wie viel Passata Tomaten drauf tun? Das ist gut viel. Chill mal. Du hast ein Ding. Ich esse so runter chill. Ich mach das jetzt über... Ups. Du machst ja auch so viel. Ja, aber wir haben zwei. Wir haben zwei in der Hälften. Man muss immer ganz bisschen ran, weil ich hasse das, wenn Leute so... Ja, vor allem am ran, wenn das gebacken ist. Das schmeckt doch geil. Ihr checkt mich perfekt diese Menge wahr. Es fällt nicht so, als ob du so einen Löffel davon gegessen hast oder so. Ihr müsst Sachen über euch erzählen, weil so... Kochen mit... Das Format... Denn du musst Fragen stellen. Ehrlich so. Ich glaub das ist... Wir machen doch dein Format nicht für dich. Ich bin hier nur fürs Essen und für die Hunde. Kochen mit ist so... Man lernt die Leute kennen, weil man mit ihnen kocht. Und sie erzählen auch so über ihre Essenspräferenzen. Checkt ihr? Ja, aber auch so generell. Ja. Okay, so. So. Hör mit dem Käse. Man macht Käse unten kurz. Also ne kleine Schicht. Käse Belang. Käse. Ja, und dann nochmal. Ja. Das ist die einzig wahre Methode. Ihr helft mich dafür, dass ich das esse, aber find's ziemlich wie süß ist. Ja, aber das schmeckt nach etwas. Das ist einfach nur Plain Tomate. Und das hat aber so Gewür zu checken. Sag Hallo. Hallo. Und Mama und Freunde. Wir wollen hin. Wir wollen hin. Okay, Leute. Erste Frage. Wenn du freie Wahl hättest, wo würdest du am allerliebsten leben? Kansas City. Was? Irgendwo im Norden. So Island oder so. Und du Luisa? Ich wollte immer mal nach Zanzibar, aber wie es dein Leben ist. Passt das so für dich? Warum hab ich eigentlich das so komisch gemacht? Ja genau. Ja. Sollen wir die leer machen? Ja. Okay. Nächste Frage. Ähm. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Amerika. Ehrlich so. True. Roadtrip so mäßig. Okay. Nochmal aus dem Flugzeug springen. Oh mein Gott. Darüber hast du gar nicht erzählt. Leute. Janina ist aus dem Flugzeug gesprungen. Sie muss jetzt darüber erzählen. Ja geil. Ich hatte eigentlich keine Angst. Weil. Das ist egal. Alpha. Mhm. Meine Mama hat's mit mir gemacht. Bitte. Willst du auch noch machen? Ah. Nein. Warte. So meine lieben Menschen. Ich erzähl euch jetzt auch was von mir. Was ist die Woche so passiert? Ich hatte Schule. Ich hab meine Freunde gesehen. Ja, Nina. Was ist die Woche so passiert? Mehr weiß ich nicht, Leute. Ich vergesse so viel. Hast du die Liebe deines Lebens gesehen? Nein. Hab ich nicht. Ich habe keine Liebe. Ja, außer euch beide. Wenn ich die feine stelle, dann bin ich das. Außer euch beide. Seht ihr das? Seht ihr diese Kunst? Das kommt jetzt auf unsere Pizza. Pizza. Hm. Na ja. Was ist das denn? Du musst mich verarschen. Okay. Ich bin gar nicht. Hallo. Ich mach das halt schön. Okay. Mit Handyfilmen ist so viel angenehmer als mit der Kamera. Dann haben sie so riesig. Ja. Die Pizza kommt jetzt in den Ofen. Wenn jetzt so cool wie ich da reingehe. Ich verfolge die Pizza. Nee. Voll in die Pizza. Und jetzt von da. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. was gast. Oh nein. Du bist echt gut. Oh nein. Du bist echt gut wundere. Oh nein. Du bist echt gut. Ja. Ich weiß nicht, dass ich morgen trotzdem zu warten gehe. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Scheiß Mais. Tja, was habt ihr für den schlechten Job gemacht hier? Ihr gebt mir mehr Weiß als euch selbst. Jangan lupa.